Es ist bequem, zur Kirche zu gehen, statt Jesus nachzufolgen. Ich möchte über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft, die Bequemlichkeit, in die Kirche zu gehen, statt Jesus wirklich nachzufolgen. Wir leben in einer Zeit, in der der sonntägliche Kirchenbesuch zum Synonym für ein christliches Leben geworden ist. Doch ich möchte euch heute herausfordern. Es ist bequem, zur Kirche zu gehen, aber es ist etwas ganz anderes, Jesus nachzufolgen. Ich kenne die Gläubige, die Jesus erfahren haben, die Jesus nachgefolgt sind, aber der Sog der Kirche war so groß, dass sie lieber wieder unter den Rock der Mutterkirche gegangen sind, statt sich selbst um geistliches Futter zu kümmern. Der Mensch ist gesellig und wünscht sich andere Menschen. Das ist oft der Grund, warum man Kompromisse macht bei der Lehre, bei der Nachfolge. Beziehung zu Menschen sind viele Menschen wichtiger als Jesus. Und nach und nach werden wir lau, weil wir uns einer lauen Kirche unterordnen und geistlich verhungern. Kirche als Ersatz für echte Nachfolge Zunächst einmal müssen wir eine unbequeme Wahrheit aussprechen. Die meisten Kirchen und Freikirchen heute fördern nicht die echte Nachfolge Jesu, sondern bieten ein bequemes, organisiertes Christentum, das mehr auf Ritualen und Traditionen als auf Hingabe und Jüngerschaft basiert. Es ist leicht, sich an den Ablauf eines Gottesdienstes zu gewöhnen. Man geht hin, hört eine Predigt, singt ein paar Lieder, betet ein paar Gebete und geht dann nach Hause. Und dann, wie viele von uns leben die radikale Nachfolge, zu der Jesus uns gerufen hat? Jesus sagte klar, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass wahre Nachfolge mit einem Preis verbunden ist. Es ist unbequem. Es ist herausfordernd. Doch was tun viele Kirchen? Sie bieten einen Weg an, der ohne echtes Opfer und ohne radikale Veränderung auskommt. Die Kirche kann nicht korrupt genug gedacht werden. Ich sage das mit einem schweren Herzen. Die organisierte Kirche ist nicht der Ort, an dem echte Jüngerschaft gelehrt wird. Stattdessen sehen wir Korruption, Machtstrukturen und ein System, das mehr an Institutionen als an eine Gemeinde Jesu erinnert. Viele Kirchen wurden nicht gegründet, um das Reich Gottes zu fördern, sondern um menschliche Kontrolle und Tradition aufrechtzuerhalten. Sie stellen sich in den Weg derjenigen, die Jesus wirklich nachfolgen wollen. Jesus warnte uns vor solchen Strukturen. Hütet euch vor den Schriftgelehrten und Pharisäern, die die Schlüssel des Reiches Gottes genommen haben und sie den Menschen verschließen. Ist es nicht genauso mit vielen Kirchen heute? Sie versperren den Weg zur echten Nachfolge, indem sie den Glauben auf Rituale und Traditionen reduzieren, anstatt Menschen zu Jesu jünger zu machen? Organisiertes Christentum hält Menschen von der Jüngerschaft ab. Das Hauptproblem mit den Kirchen heute ist, dass sie nicht den Auftrag Jesu erfüllt. Jesu sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Doch anstatt Jünger zu machen, haben viele Kirchen Programme entwickelt, die die Menschen in Passivität halten. Die meisten Christen sind mehr Zuschauer als aktive Nachfolger Jesu. Sie hören zu, aber sie leben nicht nach dem, was Jesus uns aufgetragen hat. Pastoren und Kirchenleiter sind oft mehr beschäftigt damit, das Kirchenprogramm zu organisieren, als die Menschen zu Jüngern zu machen. Sie predigen über Moral, über ein gutes Leben, aber wie oft rufen sie die Menschen zu echter Heiligung und Nachfolge auf? Wo ist die radikale Botschaft des Kreuzes? Wo ist der Ruf zur Umkehr und zur Heiligung, wie es in Hebräer 12, 14 heißt? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Religion statt Jüngerschaft Was wir in vielen Kirchen erleben, ist nicht echte Nachfolge, sondern Religion. Jesus kam nicht, um eine neue Religion zu gründen. Er kam, um uns den Weg zu zeigen, wie wir in enger Beziehung mit Gott leben können. Doch was tun wir? Wir ersetzen die lebendige Beziehung zu Gott mit religiösen Traditionen und Programmen. Alles, was nicht zu 100% auf Jüngerschaft ausgerichtet ist, ist Religion. Und davon gibt es in den Kirchen und Freikirchen viel zu viel. Die Bibel sagt, dieser Mensch ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist fern von mir. Es ist bequem, zur Kirche zu gehen und den Pastor predigen zu hören. Es ist bequem, ein Mitglied in einer Gemeinde zu sein. Doch wahre Nachfolge ist unbequem. Sie fordert, dass wir unser Leben radikal ändern, unsere Sünden bekennen, unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus mit allem folgen, was wir haben. Die Hierarchie in der Kirche, ein Hindernis zur Jüngerschaft. Ein weiteres Problem, das wir in vielen Kirchen sehen, ist die Hierarchie. Es gibt Pastoren und Leiter, die die Kontrolle über die Gemeinde haben, während die Mitglieder passiv bleiben. Doch Jesus hat gesagt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle seid Brüder. Das Modell, das Jesus uns gab, war das eines Dieners, nicht eines Herrschers. Doch in vielen Kirchen sehen wir das Gegenteil. Menschen, die auf ihre Position und Macht bestehen, anstatt als Diener zu leben und andere zu Jünger zu machen. Es ist bequem, in solch einer Struktur zu leben, weil man nicht wirklich Verantwortung übernehmen muss. Aber echte Nachfolge bedeutet, dass jeder einzelne Verantwortung für seinen Glauben übernimmt. Der Ruf zur persönlichen Hingabe. Jesus hat uns nicht aufgerufen, Kirchenbänken zu füllen. Er hat uns aufgerufen, Jünger zu sein. Jüngerschaft beginnt nicht in der Masse, sondern im Kämmerlein. Es ist eine persönliche Hingabe an Gott, die im Verborgenen beginnt. Jesus sagt in Matthäus 6,6 Wenn du aber betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Es ist einfacher, sich im Kollektiv einer Gemeinde zu verstecken, als im Kämmerlein vor Gott zu treten. Viele Menschen fühlen sich in den Kirchen sicher, weil sie Teil einer Gruppe sind. Doch wahre Nachfolge beginnt im Herzen. Es ist der Ort, an dem wir uns vor Gott demütigen, unsere Sünden bekennen und uns ihm ganz hingeben. Es ist unbequem, es kostet etwas, aber das ist wahre Jüngerschaft. Der Aufruf zur radikalen Nachfolge Es ist bequem, zur Kirche zu gehen, aber es ist eine Herausforderung, Jesu wirklich nachzufolgen. Ich möchte euch heute ermutigen und herausfordern, euer Herz zu prüfen. Geht ihr zur Kirche, weil es bequem ist? Oder seid ihr bereit, Jesus radikal nachzufolgen, egal was es kostet? Jesus sucht keine Kirchenbesuche, er sucht Jünger. Jünger, die bereit sind, ihr Leben für ihn hinzugeben. Die sich nicht mit einem bequemen Christentum zufriedengeben, sondern die bereit sind, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm in allem nachfolgen.